Nach 35 Jahren ist Harald Glöckler wieder Single. Nach der Trennung von seinem Mann Dieter Schrot datet der Designer wieder. Und das offenbar ziemlich erfolgreich. Ist er wieder vergeben? Nachwuchspolitiker Marc-Erik Lehmann hat es Harald Glöckler scheinbar sehr angetan. Die beiden wurden turtelnd gesichtet. Laut Bild kennen sie sich bereits seit sieben Jahren. Sie sollen sich damals in einem Berliner Club getroffen haben. Nach der Trennung sei der Kontakt enger geworden. Ich bin ein großer Romantiker und flirte für mein Leben gern. Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung, so das TV-Gesicht. Die beiden sollen sogar schon im gemeinsamen Urlaub gewesen sein. Darauf, ob sich Harald Glöckler ein Leben an der Seite des CDU-Politikers vorstellen kann, sagt er der Bild. Sicherlich. Ich wollte immer schon die neue Nancy Reagan werden. D게요. Ich werde euch immer wiederum auf einhaun. Big đây. WirKKibil.